Er war weniger erstaunt darüber, dass es mein Vater war, als vielmehr darüber, dass er der erste Vater war, den er je gesehen hatte. Ach, und du meinst jetzt, ich soll Schiss haben, weil du deinen Daddy angeschleppt hast? Nein, aus einem anderen Grund. Wenn du meinen Sohn nochmal anfasst, gehst nicht du in den Knast, sondern ich muss rein. Was hast du denn vor? Das wirst du dann schon merken. Denkst du, ich mach Witze? Wenn du unter der Dusche stehst, werde ich bereits lasen. Denkst du, ich mach Witze? Auch wenn du fern siehst, werde ich bei dir sein. Denkst du, ich mach Witze? Und sogar an deinen Träumen bist du nicht mehr sicher. Mr. Melvo, sie sind wieder frei. Klage abgewiesen. Hab ich doch gesagt, Alter! Hey! Denkst du, ich mach Witze? Ja, ist ja schon gut. Ist auch besser für dich. Du hast Glück, dass ich meinen Dad nicht kenne. Das konnten die meisten Männer in Bedstyle von sich sagen. Dad, woher wusstest du, dass es um mich und nicht um Greg ging? Chris, weiße Kids greifen keine Ketten ab.